Das bedeutet, Sie müssen jetzt noch viel mehr Zinsen bezahlen, um sich als Land Geld zu leihen. Kommen Sie, das kann ich mir nicht leisten. Das heißt, dass ich die sozialere Wirtschaftspolitik, für die ich gewählt worden bin, überhaupt nicht mehr umsetzen kann. Ja, deswegen bin ich ja hier. Ach, Gott sei Dank, ja. Was ist das? Ein Brief von der EZB. Ach, kaum ist man in der Krise, schon greift einem die EZB unter die Arme. Wissen Sie, das ist das Tolle an Europa. Gucken Sie mal, was die schreiben. Oh, das ist aber wertiges Papier. Oh, das kriegt man gar nicht. Sichere Bank, he? So, sehr geehrter Herr. Da steht, ich soll umgehend Löhne kürzen und weniger Arbeitslosengeld zahlen und alle Schulden meiner kriselnden Banken in meinem Land übernehmen. Was ist das? Das, das ist ein ausgefeiltes Regierungsprogramm. Das sehe ich, aber das Gegenteil von meinem. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann meine Bürger die EZB gewählt haben. Wenn Sie dann einfach ganz rechts unten unterschreiben. Und vergessen Sie bitte nicht, auch den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren. Woher wussten Sie, dass ich das tun soll? Der Brief war streng geheim. Ach Gott, das ist ein Standardbrief. Den hat die EZB schon 2011 verschickt. An Irland, an Spanien, an Italien. Die übrigens umgehend rechts unten unterschrieben haben. Alle Maßnahmen umgesetzt haben. Aber das sind natürlich alles nur Empfehlungen. Empfehlungen. Okay, das heißt, ich kann weiterhin machen, was ich für richtig halte. Natürlich, natürlich. Die EZB allerdings auch. Die kann weiterhin keine molvanischen Staatsanleihen kaufen, bis die Zinsen immer weiter... Hören Sie mal, ich bin gewähltes Staatsoberhaupt eines souveränen Staates. Sie können mir nicht drohen. Lustig, genau dasselbe hat Berlusconi damals auch gesagt. Bevor wir ihn... Bevor Sie ihn was, was haben Sie gemacht mit Berlusconi? Bevor wir ihn beseitigt haben. Die EU hat Berlusconi ermorden lassen? Ja, und durch Phantom Mas ersetzt. Wirklich? Nein, mein Gott. Wofür halten Sie uns? Die EU ist Friedensnobelpreis. Ja, ach so. Wir schicken doch keine Mörder. Nein, nein. Wir schicken Märkte. Was? Schauen Sie, die EU hat damals Italien gewarnt und gesagt, sie werden so lange öffentlich gegen Berlusconi schießen, bis sich die Italiener die Zinsen nicht mehr leisten können. Entschuldigen Sie, was ist denn das für eine EU, wo man am Ende noch gezwungen ist, Berlusconi zu verteidigen? Berlusconi. Skandal in Molvanien. Wie aus einer gut unterrichteten Quelle aus dem Präsidentenpalast bekannt wurde, ist das politische Vorbild von Wagners, Silvio Berlusconi. Aber ich... Die Zinsen der Molvanischen Staatsanleihen stiegen nach dieser Enthüllung dramatisch. Entschuldigung, das ist doch gefährlicher Unsinn. So was kann man im Fernsehen noch nicht erzählen. Doch. Ja. Ja.